Wanna teach? Learning while reading by Dominik Wexenberger. Chapter 9. Kalender. Text 1. Was machst du die ganze Woche? Ich arbeite von Montag bis Freitag. Manchmal arbeite ich auch am Samstag. Am Montag mache ich Sport. Am Dienstag treffe ich mich mit Freunden. Am Mittwoch habe ich eine Französischklasse. Am Donnerstag gehe ich gerne in den Park und gehe mit meinen Hunden spazieren. Am Freitag gehe ich oft in eine Bar und ich trinke ein paar Bier. Am Samstag mache ich gerne Sport und ich lese am Nachmittag. Am Samstagabend gehe ich gerne in eine Diskothek. Und am Sonntag ruhe ich mich aus. Am Sonntag ist auch Markt und ich gehe einkaufen. Und was machst du die ganze Woche? Was hast du dieses Jahr gemacht? Im Januar habe ich einen Schneemann gebaut. Im Februar habe ich gearbeitet. Im März bin ich nach Mexiko geflogen. Im April habe ich angefangen zu arbeiten. Im Mai habe ich meine Freundin kennengelernt. Im Juni habe ich Urlaub gemacht. Im Juli bin ich im Meer schwimmen gewesen. Und im August habe ich viel gelesen. Im September habe ich viel Party gemacht. Ich habe viel gefeiert. Im Oktober war es kalt. Ich war viel zu Hause und habe viel Musik gehört. Und im November war es noch kälter. Ich habe viel gelernt und viele Filme gesehen. Ich bin kaum nach draußen gegangen. Und im Dezember habe ich Weihnachten gefeiert. Das war sehr lustig. Und du? Was hast du dieses Jahr gemacht? Text 3 Was hast du letztes Jahr gemacht? Hast du Freunde besucht? Oder hast du gutes Essen gegessen? Hast du viel Alkohol getrunken? Hast du gemalt? Oder hast du viele Partys gefeiert? Hast du Urlaub gemacht? Ich habe im Frühling viele Partys besucht. Und im Sommer habe ich viel gebadet. Und ich habe viel Zeit am Strand gelegen. Und im Herbst habe ich viel gegessen. Viel Sport gemacht. Viel Saft und Tee getrunken. Und ich habe mich viel mit meinen Freunden getroffen. Und im Winter habe ich viel gelernt. Und ich habe viel Zeit in der Bibliothek verbracht. Und ich habe immer viel Spaß gehabt. Und du? Hast du viel Spaß letztes Jahr gehabt? Warst du zufrieden und glücklich? Was war nicht so gut?